Ich grüße den guten Nullinger. Wir sind hier in Kamm auf Ort für den Bayernfest von Maibaumklau. Und ich wollte Ihnen auf Nullinger.de als allererstes ein Geheimnis sagen. Ich lasse mir jetzt einen Magenballon einpflanzen, damit ich ein bissl was abnehmen kann. Ich frag mich bloß, ob der Ballon groß genug ist. Naja, wir probieren's!